Herzlich willkommen zum Ski-Extra hier aus Kitzbühel. Der Sieger in der heutigen, leicht verkürzten Abfahrt ist der Norweger Alexander Kilde. Er jubelt zum sechsten Mal diese Saison. Alexander Kilde fliegt schon fast über die Streife und gewinnt das Rennen mit über vier Zettel Vorsprung. Gutes Plan gehabt, habe ich es geschafft und wenn man in Kitzbühel gut fährt, dann geht es da hin. Gut gefahren ist eigentlich auch Marco Odermatt. Mit dem fünften Platz ist er zwar neben dem Podest, aber bester Schweizer. Vor allem in einer technischen Passage habe ich sicher genau das können, was ich wollte. Ich war sehr schnell und in den Flächen hat es nicht ganz super gezogen, aber gleich sehr gut. Anders steht es beim Beat Votz. Letztes Jahr hat er beide Abfahrten gewonnen auf der Streife. Dieses Jahr gibt es den achten Platz und er ist dementsprechend alles andere als zufrieden. Ich war zu wenig gut gewesen. Ich hatte sicher zwei Fehler im Mittelteil, die nicht optimal waren, die Zeit und Geschwindigkeit kosten. Nebst dem Kilde stehen zwei Franzosen auf dem Podest. Der 41-jährige Johan Gleche und der Blaise Piesentanner, der mit der Startnummer 43 eine unglaubliche Fahrt auf den dritten Platz hängen legt. Zurück auf den Streifen ist der Schweizer, Urs Kriebühl. Wie er das Rennen erlebt hat, ein Jahr nach seinem schweren Sturz im Beitrag vom RG durch XQ. Der Urs Kriebühl fliegt heute souverän über den Zielsprung und wird 19. Vor einem Jahr stürzte der 27-Jährige genau an dieser Stelle. Mit über 140 kmh ist er hier unterwegs, wo sie mit der Luft die Scheibe runterdrückt und er hat die Kontrolle verrührt. Heute kann er im Ziel jubeln wie ein Sieger. Die Traumabewältigung ist glücklich. Glück wollte ich und ich musste. Ich konnte mich relativ gut überwinden. Gleichzeitig, als ich näher auf diese Stelle zugekommen bin, hat es mir schon sehr viel Überwindung gebraucht. Ich wusste, jetzt muss man einfach durchfahren, einfach durchziehen. Am Schluss, als ich gelandet bin, auf beiden Füsse gekommen bin, ist es mir schon ein Stein vom Herzen gehalten. Beim Sturz 2021 bricht sich Urs Kriebühl das Schlüsselbein, holt sich ein Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie und eine Hirnerschütterung. Auf dem Weg zurück, auf die legendäre Streife, lässt sich der Eibriger unter anderem von seinem Schwiegervaterin Spee und Naturheilarzt behandeln. Ja, es war sicher ein schwieriger Weg. Es waren einige Steine im Weg, die ich hier auf die Seite geblickt habe. Und von dem her bin ich umso mehr stolz, dass ich jetzt hier stehen kann und ein gesundes Interview geben kann. Wie für die anderen Schweizer Abfahrer steht auch für Urs Kriebühl am Sonntag die zweite Abfahrt in Kitzbühel an. Das Ziel des Eibriger dann, mit dem heute Vertrauen eine noch etwas schnellere Linie auf der Streife zu finden. Mit der Hanenkamm-Bahn kommt man einerseits an den Start der legendären Streife und man kommt auch zu Elisabeth Schipflinger, oder besser bekannt als Lisi vom Hanenkamm-Stüberl. So, Jungs, da habt ihr einen Kaiserschmarrn. Mit unseren Heidelbeeren, damit ihr den Joghurt nähern und den Esssitz. Ein Kaiserschmarrn nach dem anderen kommt aus der Küche. Und Gäste mit ihrer Spezialität für Wöhnung ist das grösste für Lisi. Ich möchte nichts sagen, dass ich hier bin. Ich bin seit 48 Jahren Wirtin. Und bin zuerst ein bisschen Skiren gefahren, habe mich aber verletzt. Und dann habe ich es lassen müssen und seitdem muss ich leider arbeiten. Aber am schönsten Platz der Welt, im Hanenkamm. Die 63-Jährige hat eine Menge Geschichten zu erzählen aus ihrer Zeit als Skifahrerin, aber natürlich auch als Wirtin. Und ihre Gaststube könnte schon fast als Museum durchgehen. Das sind von Birmin zu Brücken. Der ist gleich alt wie ich. Das sind seine Trainingsski, wie er auf der Streife gefahren ist. Zu ihrem Stammgäste zählt der damalige Skirennfahrer und heutige Schlagerstar Hanzi Hinterseher. Und eines sei Arnold Schwarzenegger in ihrem Stüberl vorbeikommen. Jetzt sitzt er tatsächlich da und hat gesagt, grüß dich, Arnig. Nein, nicht, dass du auch zu mir kommst. Dann schaut er mich an, dann sage ich, was magst du? Ah ja, hast du einen Apfelströdel? Richtig steirisch, gell? Ja, ja. Nein, er war sehr, sehr nett, mal so. Und die Leute waren mucksmäuschenstill. Es war so lustig. Sie will sicher noch zwei Jahre werden, bis sie das 50-Jährige im Hanenkamm-Stüberl feiern können. Immerhin hat sie guten Beistand. Mich bestützt unsere Kitzbühler Gams. Nicht der Herrgott, nicht der Schutzengel und nicht das Kreuz. Aber jetzt, ich habe die Gams. Hier in Kitzbühel steht morgen ein Slalom auf dem Programm. Es wird ziemlich viel Schnee erwartet, darum sind alle so etwas nervös. Wir zeigen Ihnen im Ski Extra dann alles Wichtige wieder. Bis dann, adieu miteinander.